Herzlich Willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören aus der Rubrik Brennpunkt, den Rüfu-Podcast. Prognoseabschätzung mit der dynamischen MRT nach Chemotherapie. Eine Studie zu Mammakarzinom aus Radiology im September 2013. Laut verschiedenen Studien sollen eine Volumenabnahme und die Kontrastmitteldynamik nach neoadjuvanter Chemotherapie mit dem rezidivfreien und Gesamtüberleben von Mammakarzinomen assoziiert sein. Eine koreanische Arbeitsgruppe nutzte nun ein Computerprogramm für die Auswertung der MRT und bestätigte die Ergebnisse. Für die Prognose neoadjuvant behandelter Mammakarzinome sind die verbleibende Tumorlast und das molekularbiologische Profil entscheidend. Diese soll die Kontrast-MRT mit dem Tumorvolumen und der Auswaschkinetik widerspiegeln. Die Autoren untersuchten retrospektiv die Scans und klinischen Daten von 187 Patientinnen mit einem Durchschnittsalter von 46,6 Jahren. 73,3% waren prämenopausal und 91,4% hatten palpable axilläre Lymphknoten. In allen Fällen erfolgte wegen eines invasiven Mammakarzinoms präoperativ eine überwiegend anthrazyklinhaltige neoadjuvante Chemotherapie. Durchschnittlich wurden sechs Kurse verabreicht. 38 Rückfälle traten auf und 12 Patientinnen starben. Das mittlere rezidivfreie Überleben betrug 46,3 Monate und das Gesamtüberleben 52,3 Monate. Der Vergleich der MRT vor und nach der Chemotherapie ergab in univariate Analyse zahlreiche klinische Faktoren, die mit häufigeren Rückfällen und einem kürzeren Überleben assoziiert waren. Diese waren ein geringer Differenzierungsgrad, klinisch kein Ansprechen auf die Therapie, histopathologisch keine komplette Remission, ein fortgeschrittenes Primärtumor-Stadium sowie die Peri- und Postmenopause. Ungünstige MRT-Parameter waren ein großes initiales Tumorvolumen, eine kleinere Abnahme von Volumen und Durchmesser nach der neoadjuvanten Behandlung und eine geringe Abnahme der Auswaschkomponente. Die Reduktion des Tumordurchmessers und eine histopathologisch komplette Remission waren in multivariate Analyse nicht signifikant mit dem rezidivfreien und Gesamtüberleben assoziiert. Bedeutsam für ein kürzeres Überleben blieb ein klinischer Non-Responder-Status. Eine geringe Volumenabnahme des Tumors erhöhte die Wahrscheinlichkeit für ein Rezidiv und für eine kürzere Überlebenszeit. Eine verminderte Abnahme der Kontrastmittelauswaschung war ebenfalls mit beiden Prognosekriterien verknüpft. Der beste Cut-Off für die Prognoseabschätzung lag für die Volumenabnahme bei 85,6% und für die Auswaschkomponente bei 71,4% für rückfallfreies Überleben und 91,3% für Gesamtüberleben. In einer Stichprobenwiederholung nach der Bootstrap-Methode ergab sich ein niedrigerer Cut-Off für die Assoziation Auswaschung, Reduktion, Gesamtüberleben. Auch bei einer Reduktion um höchstens 67,3% war die Überlebenswahrscheinlichkeit geringer. Fazit Bei der Auswertung mit dem Computerprogramm waren eine geringe Volumenabnahme und die Reduktion der Kontrastmittelauswaschung mit dem Verlauf der neoadjuvanttherapierten Mammakazinome assoziiert. Sie waren nach Meinung der Autoren unabhängige Prognosekriterien für das Rezidivfreie und das Gesamtüberleben.